Hallöchen und willkommen zurück in Hanford-on-Bergli bei unserer lieben Kayla und unserer Landhaus-Leben-Teen-Racks-to-Riches-Challenge. Liebe Leute, im letzten Part habe ich fast komplett verpeilt und es fast nicht mitbekommen, dass einfach unser bester Freund Ian gestorben ist. Aber jetzt ist Kayla aufgewacht, hier im aktuellen Stand und ist natürlich super deprimiert deswegen. Raoul ist noch da, hat aber Angst vor den Geistern aktuell, also es läuft mal wieder. Lawina ruft uns an, unsere Schwiegermutter in Spee und möchte mit uns zum Café Hase und Igel. Herzlichen Dank um 5 Uhr morgens, weiß ich jetzt nicht, weiß ich nicht. So, dann können wir uns doch vielleicht mal hier mit unserem Boy so ein bisschen, okay du musst erstmal pieseln gehen, dann machen wir erstmal das. Machen wir erstmal die wichtigsten Bedürfnisse, oh mein Gott. Hatte sie nicht schon mal ihre Periode? Der hat mir gerade gesagt, sie hätte jetzt bald ihre erste Periode, aber ich dachte, sie hätte sie schon mal gehabt. Egal. Sie muss in drei Stunden in der Schule sein, I love it, und sie ist eigentlich ziemlich müde. Nein, weiße Henne, weiße Henne hat noch nicht mal einen Namen von uns gekriegt, von daher könnte ich eigentlich verstehen, dass weiße Henne nicht gehen will. Okay, passt auf. Wir müssen uns einen Trank holen. Einen Schlafersatz, it is, ja. Damit wir auf jeden Fall den Schultag überstehen, weil sonst glaube ich, gibt das nicht. Trinkt denn jetzt bitte mal. Sehr gut. Wait a second. Moment, ich weiß gerade nicht, hatte ich sie nochmal ernten lassen oder warum hat sie so viel im Inventar? Also ich hatte, um das abzukürzen, ich hatte tatsächlich Probleme mit der Save-File hier. Moment, ich muss gerade nochmal gucken, was müssen wir Raoul liefern? Das wollte ich nämlich gerade schauen. Und zwar einen Schokoladenkuchen. Wichtig. Es gibt nämlich Schokotorte und Schokoladenkuchen. Das ist ziemlich gemein, aber die Schokotorte ist nicht korrekt. So, jetzt gucke ich mal, ob ich den Schokokuchen backen kann. Auf jeden Fall hatte ich Probleme mit der Save-File durch die neuen Szenarios, durch das Update. Und habe jetzt die letzten Stunden gemeinsam mit Daniel, der mich freundlicherweise dabei unterstützt, weil ich das manchmal nicht alles so durchblicke und mir das auch zu kompliziert ist mit diesen ganzen Save-Files und dieser ganzen Technik. Und überhaupt, ich brauche da einfach ein zweites Hirn, das mit mir mitdenkt. Wir haben jetzt wirklich die letzten anderthalb Stunden, glaube ich, hier gesessen und das alles wieder rekonstruiert, sodass ich meinen Spielstand wieder hatte, weil das Szenario, was ich aufgezeichnet hatte, den Landhausleben-Spielstand komplett überspeichert hatte. Das heißt, mein Landhausleben-Let's Play war gar nicht mehr da. Dafür hatte ich das Szenario. Also, Leute, sofern das nicht schon zu spät ist, macht auf jeden Fall euch eine Sicherheitskopie von euren Let's Plays, bevor ihr ein Szenario startet. So, ne? Mein persönlicher Rat an euch. So, Kayla. Hervorragend. Wir haben noch eine Stunde Zeit bis in der Schule. Wunderbar. Das müsste hoffentlich noch klappen. Das wäre doch schön. Und die Katze, wie die einfach in der Vase chillt. Chicho. Chicho. Oh, ihr zwei Süßen. Wow. Sie ist schon voll der Pro. Da kam auch gerade schon Level 7 einfach der Kochfähigkeit. Oh mein Gott. Könntest du den aber bitte... Jetzt funktioniert das nicht mehr? Hä? Wieso ging es denn gerade eben? Äh, ihr nix verstehen. Wieso konnte ich das denn dann auswählen? Na, das ist ja geil. Äh, okay. Dann backen wir den halt irgendwann im Pub oder so. I don't know. Okay, es geht jetzt schon mal ziemlich gut. Das heißt, wir machen noch eine flotte Runde bei den Tierchen. Oh mein Gott. Ja, Freddy sieht auch richtig, richtig, richtig gut aus. Genauso bestimmt auch wie der Hühnerstall. Stall säubern. Weiße Henne. Weiße Henne hat einfach immer noch keinen Namen. Salsa. Finde ich toll. Fuchs, gehst du weg. Gieß du da weg. Gieß du da weg. Oh no. Aber zum Glück klauen sie immer nur die Eier. Und wenn man ihnen dann sagt, sie sollen sie fallen lassen, dann machen sie das wenigstens. Schwimmen gehen, Marco Tyson. Danke, ehrlich gesagt. Nö. Ehrlich gesagt, nö. Mit Fido. Okay, wir haben den Fuchs kennengelernt. Interessant. So, jetzt muss sie erstmal in die Schule. Kein Problem. Machen wir. Läuft. Oh Gott, die Hühnchen sind abverhungert. Die haben kein Futter. Oh Leute. Amadeus ist in die Jahre. Amadeus hatten wir doch schon eingetauscht. Dann hat er scheinbar doch irgendwas, eine letzte Aktion vielleicht nicht richtig abgespeichert oder zurückgesetzt. Also, ich glaube aber, das ist nicht das Drama. Hauptsache, der Rest ist noch da. Raul, was möchtest du? Kannst du aufhören, mich an dich denken zu lassen? Das ist ja auch geil. Da will ich mal glatt Nein sagen, weil er soll ja gerne an uns denken. Okay, wir lassen sie mal fleißig lernen. Und wenn sie dann wieder da ist, dann gucken wir, dass wir das... Und der Fuchs! Geh mir nicht auf die Nüsse! Geh mir nicht auf die Nüsse hier! Ich wollte jetzt eigentlich mal ein bisschen vorspulen, bis sie wieder von der Schule zurück ist. Aber wieso zur Hölle? Rechnungen. 578, okay, die bezahlen wir. Gar kein Problem. Also, jetzt bin ich mir auf jeden Fall relativ sicher. Ach ja, auch vom Kontostand her, 1214. Das heißt, das hat er ja nicht gespeichert. Ist aber nicht so schlimm. Wir machen das Ganze einfach nochmal. Und ich entwickle hier mal ein paar Pflanzen weiter, solange sie noch in der Schule ist. Ist so kein Thema. Ich kümmere mich darum, ne? Sie hat hier gerade eine Stimmung bekommen. Ähm, beliebt. Nach so viel Anstrengung war Kayla ein letzter Teil in der Schule in aller Munde. Der Versuch, die Beliebtheit aufrecht zu erhalten, ist jedoch schwierig. Okay. Was sind wir denn jetzt aktuell? Raul! Nein. Wir können uns schminken lassen. Finde ich ja geil. Natürlich, wir können Pyjamas kaufen gehen. Badekleidung kaufen gehen. Oder wir können uns schminken lassen oder ins Nagel studieren. Nein, danke. Wir sind beschäftigt, boy. Weil wir in der Schule sind. Genau da, wo du auch bist. Okay, also wir sind aktuell Zweier-Oberschülerin. Aber sie hat halt echt gute... Ja, Raul kann mitkommen. Sie hat natürlich echt mega gute Leistungen. What? Leute, sie ist jetzt einfach eine Einser-Oberschülerin. Oh, hör mal. Ja. Wer hätte gedacht, zu Beginn dieses Let's Plays, dass wir das jemals schaffen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass wir irgendwie dieses Gleichgewicht zwischen Schule und dieser Farm tatsächlich hinbekommen. Das ist... Oh mein Gott. Ganz ehrlich. Hier der Viehstall muss auch unbedingt sauber gemacht werden. Und wir müssen das Futter auffüllen. Sehr gut. Die Hühnchen bekommen jetzt auch schon mal was zu futtern. Wir müssen gleich eine Seance machen, damit uns die Geister heute nicht so auf den Keks gehen. Aber seht ihr das? Sie hat dann... Gerade war noch die Stimmung da von den Geistern. Dieses Dunkeln Lila, wenn man so verängstigt ist. Aber es geht auch direkt weg. Also sie hat sich da mittlerweile einfach mit allem so, so gut akklimatisiert. Könntest du bitte das noch machen, was ich da gesagt habe? Dankeschön. So, der Stall ist sauber. Dann können wir gleich noch ein Ei einsammeln. Perfekt. Sie hat nochmal Wolle kassiert. Supi. Heißt das, wir müssen dir vielleicht auch noch Wolle liefern? Kreuzstich? Nee. Hatten wir schon gemacht. Supi. Okay. Also das heißt, 17 Uhr. Wenn sie jetzt hier den Stall ready hat, dann reisen wir ins Stadtzentrum. Und werden unsere Sachen verkaufen. Und dann nochmal kurz in die Papp gehen. Damit wir uns für ein Getränk entscheiden. Wir nehmen meinetwegen Raoul halt mal mit. Der muss ja nicht alleine bei uns rumchillen. Wir nehmen den einfach mit. So. Es ist 17 Uhr. Jawohl. Da ist Kim. Sehr schön. Müsste nämlich eigentlich noch komplett aufgehen. Uh. Es gibt alle Getränke zum halben Preis. Sehr schön. Yes. Mit 10% Gewinn. Das ist hervorragend. Ah. Ich hab's weggeklickt. Scheiße. Ah. Ich hasse es. Ich hab da oben geklickt und dann... Ach. Ist egal. Ist egal, Leute. Okay. Dann klicken wir das Ganze nochmal. Hervorragend. So. Da haben wir das jetzt verkauft. Jetzt gucke ich gerade. Ich weiß, das ist zwar ein bisschen sinnbefreit, aber ich habe jetzt die Schokobeeren leider alle zu Hause gelassen im Kühlschrank. Und da wir jetzt gerade schon im Pub sind, würde ich ganz gerne, äh, die Schokotorte hier backen. Moment, was brauche ich denn dafür noch? Sekunde. Ich brauche da bestimmt auch noch Milch für oder so, ne? Mh, kochen. Schokoladenkuchen. Perfekt. Ich brauche dafür eigentlich tatsächlich nur eine Schokobeere. Hervorragend. Supi. Dann machen wir das. Dann können wir den nämlich hier backen. Und, äh, Raul den dann einfach direkt aufs Auge drücken. Und dann noch mit der Sarah Scott, äh, ein Getränk auswählen. Läuft bei uns. Kayla. Ich bin begeistert. Sie ist auch ziemlich stolz auf sich. Hallo, Sarah. Na, wie ist es? Ich finde es so geil. Guck mal. Sie hat dann tatsächlich, als er das letzte Mal ja, ähm, im Gameplay, im, ähm, Papp waren, hat sie auch einen Kuchen gebacken und sie macht das Gleiche. Manchmal ist es wirklich witzig, wie das Spiel tatsächlich die gleichen Sachen wiederholt, ne? Ein Traum. So. Hervorragend. Das da sieht profimäßig aus, meine Gute. Like a pro. Jetzt müssen wir dann immer nur hinkriegen, dass sie den natürlich nicht direkt selber aufhuttert. Aber gut. Und man kann, glaube ich, diese Sachen auch, also Kuchen oder sowas auch angebissen abgeben. Was ein bisschen blöd eigentlich ist, aber egal. Läuft. Machen wir schneller hier. Und die zwei quatschen einfach. Das finde ich voll süß. Das finde ich voll süß. Ah ja, jetzt ist auch die Bärennacht. Ein Traum. Ins Inventar. Boah. Wir sind dieser Frau einfach in die Unterwäsche geglitscht, aber egal. Schokoladenkuchen geben. Guck mal, Boy, ich habe dir was gebacken. Na? Und, was sagst du? Das war einfach köstlich. So etwas verpasse ich also, weil ich nie aus diesem Nest herauskomme, um etwas Neues kennenzulernen. Dabei haben wir hier in Hanford & Bagley alles, um diese Köstlichkeit selbst zuzubereiten. Wenn es sonst keiner tut, werde ich mich bemühen, solche Rezepte zu erlernen. Ja, mach das ruhig mal. Oder du ziehst einfach bei uns ein und dann kochen wir weiterhin oder backen dann Schokoladenkuchen für dich. Gar kein Thema, ne? So, achso, jetzt müssen wir hier Kostproben wieder bestellen. Aber wir müssen uns doch entscheiden. Oder muss ich das auf ihr drauf machen? Bagley Bärenbrause wählen. Sehr schön. Super! 175. Sehr schön. Dann geh mal schnell, schnell pieseln, bevor hier ein Notfall passiert. Schnell. Schnell. Danke. So. Was haben wir noch gekriegt? Hm. Fleischpastete. Goal. Und hier dieses abgepackte Fleisch, glaube ich, jeweils, gell? Super cool. Das ist auf jeden Fall mega nice. Das heißt, wir können jetzt auch gleich einfach schon wieder nach Hause reisen. Beziehungsweise die Fleischpastete kann man sich ja hier mal gönnen, ne? Ja. Die können wir uns ja hier einfach gönnen. So. Greifen sie zu. Wie schön. Sie geht nach unten. Sie ist aber wirklich auch super gesellig. Also ich habe wirklich das Gefühl, sie ist langsam angekommen in Hanford & Bagley. Und es gefällt ihr hier richtig, richtig gut. Und ich freue mich wirklich auch schon sehr, wenn wir dann tatsächlich halt mit Raul gemeinsam wohnen. Und das wird auf jeden Fall richtig toll. Denke ich. Ja. Das hier scheint ihr auf jeden Fall sehr, sehr zu schmecken. Kompetenter Koch. Hm. Weil sie gekocht hat. Jawohl. Das kann man nicht leugnen, meine Liebe. Und ich glaube, sie geht schon wieder zu Sarah. In die Küche quatschen. Wie sehr schön. Die zwei verstehen sich aber scheinbar auch richtig, richtig gut. Ah, wir können ihr noch schon wieder neue Hilfe anbieten. Sehr gut. Das machen wir. Was hast du noch als Job für uns, liebe Sarah? Erzähl mal. Ja, wir stinken ein bisschen. Verstehen wir. So. Gerüchteküche. Es wird viel getratscht und ich würde gerne wissen, was dahinter steckt. Okay. Ich muss nicht alles wissen, aber es interessiert mich trotzdem. Kannst du mehr über den neuesten Tratsch herausfinden? Ich bin zu beschäftigt, um mich selbst umzuhören. Aber ich muss es einfach wissen. So. Belohnungen. Kreuzige, ungewöhnliche Milch. Okay. Und hier ein normales Tuning-Teil. Aber ich meine, 250 ist natürlich super bezahlt. Deswegen nehmen wir den jetzt mal an. Mysteriösen Geschenkeverteiler finden. Okay. Interessant. Wir reisen nach Hause. Es ist spät genug. Wir haben hier wieder einiges erledigt, was super ist. Aber am nächsten Tag ist hier wieder Schule. Und wir haben die Hausaufgaben noch nicht gemacht. Aber vielleicht kriegen wir das ja irgendwie noch am Morgen hin. So. Okay. Sie muss jetzt auf jeden Fall einmal dringend duschen. Und hat sich dann auch schon direkt ins Bett geknallt. Absolut in Ordnung. Okay. Na supi. Wir haben nur noch eine Stunde bis zur Schule. Oh mein Gott. Ich will gerade ganz gerne vor der Schule etwas erledigen. Und zwar möchte ich ganz gerne Amadeus eintauschen. Zutaten und Erzeugnisse. Mach das bitte schnell. Bitte, 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 bitte schnell. Schnell, schnell, schnell. Nein. Und sie geht zur Schule. Ich hasse das. Es ist aber wirklich so. Wenn sie die Angst bekommt, dann löscht sie einfach alles, was ich ihr aufgetragen habe. Und ja, toll. Ja. Sarah Scott. Ja, die ist ziemlich cool. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gerade ruft Kim an. Ich habe gerade in der Lotterie gewonnen. Aber teile, also teile ich das Geld mit Freunden. Bitte schön. Geld annehmen oder Geld ablehnen. Ich meine, in Hanford & Bagley helfen sich ja alle wirklich super krass. So unter den, also, ne? Helfen sich ja viel. Wir nehmen es an. Okay. 28 Simoleons. Aber hey. Egal. Egal. Wir wissen ja nicht, wie viel sie gewonnen hat, ne? Also scheinbar, ne? Also, ist ja trotzdem nett. Ist ja trotzdem nett. Wir sind zurück von der Schule. Und ich habe übrigens eben schon beobachtet, dass sie kann mal mit Tränen gießen. Die Pflanzen mit Tränen gießen. Weil sie ist gerade wieder traurig wegen, ähm, äh, wegen, wegen ihr natürlich. Ähm, okay. So, dann müssen wir Freddy dringend putzen. Wir müssen Eier einsammeln und hier bestimmt den Stall säubern und auch Futter in der Nähe verstreuen. Ähm, und dann kann ich auch gleich sie nochmal alles direkt ernten lassen. Und wieder verkaufen lassen. Weil es funktioniert wirklich echt richtig gut. Ah, hier ist jetzt natürlich auch das, was ich das letzte Mal geändert hatte, noch nicht übernommen. Okay, perfekt. Dann machen wir das gerade. Und zwar, was hatten wir verkauft? Eine Blaubeere und dafür die Himbeere hier hinten hingepackt, gell? So, perfekt. Weil dann kann sie nämlich hier noch etwas Großes auch pflanzen. Und zwar Riesenfeldfrucht. Ähm, was hatten wir denn gemacht? Ich glaube, wir hatten Kopfsalat gemacht, ne? Ist ja, ist ja letztendlich egal. Wir machen jetzt eine Aubergine und pflanzen die. Jawohl. Und danach können wir auf jeden Fall alle gießen. Das ist wichtig. Und dann können wir hier diese düngen und diese hier auch düngen. So. Perfekt. Und dann noch alles ernten. Bess. Spende eins. Was? Wo ist ein Feuer? Wo ist ein Feuer? Was zur Hölle machst du denn auch da? Was machst du denn da, Tina? Kommst hier hin und setzt einfach alles in Brand, oder wie? Meine Güte. Wehe, du wärst hier gestorben, Alde. Und wir kennen dich ja gar nicht. Oh my goodness. Und wir müssen Rechnungen bezahlen. Das mache ich jetzt auch gerade mal. Okay, wir haben auch aktuell irgendwie die Wasserreserven scheinbar aufgebraucht. Aber das... Ah, der ist kaputt. Deswegen. Dann musst du den auf jeden Fall unbedingt reparieren. Ist unser Dings auf dem Dach auch kaputt, oder was? Nö, der funktioniert. Wäre ja auch krass, wenn der da auf dem Dach kaputt geht. Wie soll man da drankommen, ne? Okay. Da kommt es jetzt wahrscheinlich nicht dran, gell? Reparieren. Ja. Ich teleportiere sie einfach mal dahin. Sehr gut. Und reparieren. Dann muss ich das jetzt nicht umdingsen. Wir machen das einfach so. Ich denke, damit seid ihr hoffentlich einverstanden. Und dann teleportiere ich sie wieder hierhin zurück. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, perfekt. Dann scheint das ja wieder zu funktionieren. Es geht ihr soweit bescheiden. Dann macht ihr mal was zu essen. Finde ich eine gute Sache. Macht ihr doch was zu essen. Tortillas mit Soße. Das wäre eine Borgheila, ne? Ganz ehrlich. Ach, jetzt kommst du da nicht mehr dran, oder was? Du bist aber auch so eine Nuss, ne? Du bist ja sowas von eine Nuss. Ach Gott. Okay, wir lassen dich das da aufräumen. Wir lassen dich das da putzen. Sieh die Tortillas mit Soße jetzt weg. Nein, da sind sie. Und die sind schlecht geworden. I love my life. Dann kann sie die Puppe da entfernen. Und die Symbole aufwischen. Oh mein Gott. Und das da auch noch wegwerfen. Leute. Oh, das stresst mich schon wieder. Dezent. Dezent stresst mich das schon wieder. Oh. Hallo, Boy. Wie geil. Er hat sich mit Ghidri einfach schon so richtig so... Hey, Bro. Geil, oh Mart, ey. Das finde ich großartig. Aber kannst du dich vielleicht kurz mit Raoul so ein bisschen... Ja, wenigstens so ein bisschen, wenn er ja schon hier ist, ja? Ich weiß, es ist 23 Uhr. Es geht dir richtig scheiße. Lad ihn mal ein, über Nacht zu bleiben. Wunderbar. Und ich weiß, Girl, du bist richtig, richtig müde. Aber mach bitte mal deine Hausaufgaben. Und ich leg Raoul einfach mal noch Hausaufgaben dahin, weil ich nicht weiß... Mach bitte deine Hausaufgaben. Weil ich nicht weiß, ob der noch Hausaufgaben hat, der Junge. Ich leg die einfach mal dahin. Tauchen hier überall diese Dinger auf. Hat sie jetzt wenigstens ein bisschen was gemacht? Oh, wow. Egal. Ich lass sie jetzt schlafen. Ähm, wir sind auf jeden Fall mal wieder so richtig am Ende gerade. Ich bin nur überlegen, ob wir jetzt gerade schon mal wieder einen Tag frei nehmen, um so alles im Haus wieder ein bisschen aufzuarbeiten. Dankeschön, Guidry. Er hat einfach hier was für uns zerstört. Das ist sehr lieb von ihm. Äh, ja. Um wieder so einen Tag halt alles in den Griff zu bekommen. Mal schauen. Ist die schon wach? Dir geht's beschissen. Leg dich ins Bett. Äh, ja, dann geh halt duschen. Temperance, wieso bist du schon wieder da? Ich sag jetzt bei ihr immer, just go away. Okay, tschüss. I love it. Love it. Kayla, trink den Schlafersatz. Ja, perfekt. Okay, fit sind wir. Obstsalat fortsetzen bitte, damit du auch noch was zu essen bekommst. Maybe? Wäre nicht schlecht. Wobei sich, glaube ich, Essen in der Schule auffüllt. Also Hunger, ne? Glaube ich, oder? Ja, so, dann kannst du mal parallel versuchen, noch ein bisschen was von den Hausaufgaben zu machen. Sie muss schon in die Schule, ne? Ciao. Ciao. Oh, Leute. Ja, ich habe ja gesagt, wir lassen sie vielleicht Urlaub nehmen oder so. Aber vielleicht machen wir ein langes Wochenende. Das wäre vielleicht was. Wir machen ein langes Wochenende. Wir müssen ja sowieso auch ein Foto außerhalb von Hanford & Bagley machen. Das heißt, wir könnten doch vielleicht den Freitag freinehmen und dann mit Raoul gemeinsam irgendwie einen schönen Ausflug machen. Das würde ich echt ganz, ganz cool finden, glaube ich. Also können wir uns mal schon für die nächste Folge dann festhalten. Weil ich glaube, in dieser werden wir das dann nicht mal schaffen. Okay? Nein, 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 nein. Ich habe vergessen, aber die Uhrzeit zu tauschen. Nein, Leute. Oder holt der Bibi? Jetzt holt der Bibi. Oh. Damn it. Und die Hütchen haben auch schon wieder nichts zu Foto. Ciao, Bibi. Ciao. Ah, okay. Na gut. Es ist ja der Lauf der Dinge. Wir können es nicht ändern. Wir können es nicht ändern. Ich dachte an dich und wurde rot. Bringe ich dich manchmal zum Erröten? Ja. No? Oh, sie ist direkt kokett geworden. Oh, wow. Der SMS. Der SMS. Ah, der SMS war ein sexy Foto beigefügt. Es hat Kayla etwas erregt. Ah, die Sau, ey. Da schickt er da solche Bilder, während er in der Schule ist. Raul. Hallo. Oh, bitte schaut euch diesen Mief an. Bitte. Schaut euch diesen Mief einfach im Hühnerstall an. Ah, das ist echt nicht cool. Das ist nicht cool. So, sie kommt gleich aus der Schule zurück. Wir müssen hier erstmal dringendst alle Tiere versorgen. Ähm, da war das, 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 das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Oh, perfekt. Omelette ist ausgewachsen. Das ist schon mal super gut. Weil dann können wir nämlich Amadeus auch eintauschen. Ich hatte nämlich jetzt gerade noch gedacht, wir müssen unbedingt warten, bis wir Amadeus eintauschen, bis wir einen weiteren großen, ausgewachsenen Hahn haben. Weil sonst funktioniert das ja auch nicht mit den Eiern und so. Ähm, perfekt. So. Aber, das ist Omelette und er ist auf jeden Fall ausgewachsen. Super. Äh, das heißt, Amadeus wird jetzt voll gefuttert, satt und sauber. Jetzt gleich eingetauscht. Eintauschen gegen Zutaten und Erzeugnisse. Ja, okay. Und der geht jetzt in das Körbchen. Also, ja. Ich weiß auch nicht, warum sie immer so dreckig ist. Oder? Das ist ja der absolute Wahnsinn. Oh, das stellen wir nochmal schnell rein. Und wir müssen hier vielleicht auch nochmal Eis hinzufügen. Super. Die Lieferung ist unterwegs. Sie ist wirklich so unfassbar dreckig immer. So schnell. Ich weiß halt nicht, ob das an, ähm, keine Ahnung, daran liegt, dass wir hier so abseits des Netzes sind. Und dass die Qualität irgendwie der Dusche halt deswegen so schlecht ist. Oh, liebe Leute, das ist unser Backofen. Und das heißt, unser Essen ist fertig. Äh, so. Also, keine Ahnung. Ich hoffe, dass wir uns bald auf jeden Fall vielleicht eine etwas bessere Dusche irgendwie gönnen können. Also, es ist ein absolut chaotischer Part hier gewesen an der Stelle. Ähm, und ich glaube, der wird jetzt auch ein bisschen kürzer. Aber ich werde den jetzt schon beenden, weil, wie gesagt, unser Essen ist jetzt gleich fertig. Und ich habe auf jeden Fall richtig, richtig Hunger. Ähm, in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall natürlich, ähm, weiterhin hier grinden und gucken, dass wir vorwärts kommen, äh, in unserem kleinen Farmleben. Ich lasse jetzt hier noch all die Sachen entfernen. Und, ähm, dann machen wir ein langes Wochenende mit Raoul und machen ein Foto außerhalb von Hanford und Bagley. Ich freue mich drauf, liebe Leute. Wenn euch der Part gefallen hat, dann gebt dem Video super gerne ein Däumchen nach oben und abonniert auch super gerne den Kanal, sofern ihr es nicht schon getan habt. Schreibt mir einen netten Kommentar. Da bin ich dieses Mal leider wieder nicht drauf eingegangen, weil ich immer, wenn ich wirklich komplett überfordert bin mit allem, was hier Kayla so zu tun hat, vergesse ich euch. Es tut mir wahnsinnig leid. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!